Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, herzlich willkommen zum Video Geometrie, Teil 25. Auch in diesem Video haben wir das Thema, das Parallelogramm. Das Unterthema dieses Videos lautet, Teil C, Flächeninhalt und Winkel. Achtung, dieses Video ist nicht für die Grundschule geeignet. Ich habe es vorgesehen für Schülerinnen und Schüler ab der 10. Klasse. In diesem Video möchte ich zeigen, wie man den Flächeninhalt eines Parallelogramms aus zwei Seiten und einem Winkel berechnen kann. Zur besseren Veranschaulichung hefte ich hier das Modell eines Parallelogramms auf die Tafel. Die Eckpunkte des Parallelogramms werden mit den Großbuchstaben A, B, C und D bezeichnet. Die Seiten mit den Kleinbuchstaben A, B... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com www.sofatutor.com